20 Minuten von Brandenburg hierher? Mit dem Auto oder mit den Öffis? Beides. Mit dem Auto? Du bist mit dem Auto und sie mit den Öffis? Nee, er hat keinen Führerschein. Er hat keinen Führerschein? Okay. Hast du gemerkt, wie Sie nochmal reindrücken wollten? Er hat keinen Führerschein. Ja, ja, wirklich. Du hast einen Führerschein? Willst du es nochmal ganz laut in einem Satz sagen, damit er es auch hört? Komm, sag es nochmal laut. Sag, ich habe einen Führerschein. Ich habe einen Führerschein. Und jetzt dreh dich nach rechts und sag, du Hurensohn. Alles gut. Alles gut. Warum hast du noch nicht gemacht? Ich bin gerade dabei. Lass dir Zeit, Digga. Wie alt bist du? 24. 24. Ja, lass dir Zeit. Warum? Wir haben zusammen angefangen. Ihr habt zusammen angefangen? Oh, Digga, ich merke hier gewisse Probleme. Lass uns mal darüber reden. Ihr habt gemeinsam angefangen. Wann hast du angefangen? Ich habe mit dem Führerschein jetzt fast vier Jahre. Ich kann es einfach nicht über Know. Ich kann es ظ strig den Führerschein. Oh, ich kann es nicht beah品. Ich kann es nicht viel lustig. Ich kann es nicht sagen.